Kodeln und Tarpete Was machst du denn da? Es ist ein Nikolaj Halt raus Alter Schwede Alles für die Kunst Alles für die Kunst Das hätte doch völlig gereicht Wenn wir jetzt über Satz gekippt Also ich wollte den Schiefe nicht mal anfassen Fall aus Das ist jetzt echt ekelig Unglaublich Total abgefahren Wie neu Wie neu Fantastisch Mit eigenen Händen berührt Von dem Hauptdarsteller Ihr werdet es nicht glauben Das ist der Wahnsinn Ihr habt hier die Möglichkeit Ein von Kodeln mit eigenen Händen angefasstes Requisit zu kaufen Er hat sogar draus getrunken Mit seinen Lippen berührt Mit seinen Lippen berührt Abgefahren Und diese eine Möglichkeit Die Möglichkeit Dieses unglaubliche Geile Teil zu erwerben Einzigartig Stark begrenzt Diese Möglichkeit Diese Möglichkeit Kommt nie wieder Du kannst es tragen Oder draus trinken Dieser Stiefel Dieser Stiefel hat Geschichte geschrieben Nur für kurze Zeit Sehr stark Sehr stark limitiert Sehr stark limitiert Nur 1000 Euro Wirklich Wirklich Nur 1000 Euro Geliefert Mit Echtheitszertifikat Das Original Das Original Requisit aus der Folge Echthe At googlemail.com Um dieses heiße Teil zu kaufen Warum Das muss in deine Vitrine Deine Freunde werden dich beneiden Auch als Geschenk Und am Weihnachtsbaum geeignet Jetzt zuschlagen Wie geil Wie geil Jetzt bevor es ein anderer tut Zuschlagen Wahnsinn Da muss man gar nicht drüber nachdenken Einfach kaufen Nur 1000 Euro Das Sammlerstück Abgefahren Abgefahren ن Mann Macht deine Nachbarn neidisch Mach deine Nachbarn neidisch